Stell dir vor, dein Leben ändert sich schlagartig. Auf einmal ist nichts mehr wie vorher. Alles, was dir bis jetzt wichtig war, Partys, neue Kleidung, ein guter Job, wird lächerlich unwichtig, weil es für dich ums blanke Überleben geht. Und stell dir vor, es würde Millionen Menschen auf dieser Welt geben, die dir ganz einfach helfen könnten. Sie würden es bestimmt auch tun, doch sie wissen nichts davon. Wäre das nicht schrecklich? Alle 16 Minuten bekommt ein Mensch gesagt, dass er Blutkrebs hat. Zu viele sterben daran. Denn in nur wenigen Minuten kannst du dich für eine Stammzellenspende typisieren lassen. So einfach können selten Leben gerettet werden. Wenn du einem Menschen eine zweite Chance geben könntest, würdest du es tun? Helden spenden. Lass auch du dich typisieren. Am 5. April in der Hochschule Neu-Ulm. Mehr Informationen unter helden-spenden.de helden-spenden.de